Sicher haben einige in den Programmen, mit denen man viel arbeitet, ein Lieblingsfeature. Bei mir ist das in Audacity der Effekt Bass und Höhe. Diesen Effekt wende ich in jeder Audiodatei an. Ich markiere die Audiodatei in der Audiospur durch einen Doppelklick. Dann klicke ich auf den Effekt Bass und Höhe. In dem Fenster kann ich nun die Wiedergabe starten. Als erstes überprüfe ich den Lautstärkepegel. Dann kann ich über die Höhen und über die Bässe gegebenenfalls die Audioeinstellungen bearbeiten. Dabei kann ich die ganze Zeit das Audio mit abhören. Dies ist eine tolle Möglichkeit, mit einem Effekt die wichtigsten Parameter einer Audioaufnahme zu überprüfen und gegebenenfalls zu bearbeiten.